So, dann würden wir weiter in der Tagesordnung fortsetzen und steigen in den Tagungsordnungspunkt 2711 ein für ein schöneres Bahnhofsumfeld, Vorplatz Hauptbahnhof, neu gestalten. Dort ist einreicher die SPD-Fraktion, die wurde zuerst den Antrag einbringen, könnte dann auch gleich den Ergänzungsantrag noch mit einbringen, dann würden wir in die Rednerliste einsteigen. Dort wäre die AfD-Fraktion zuerst dran. Dann würden wir beginnen. SPD, Stefan Engel, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bahnhöfe sind oft ein Tor zur Stadt. Das ist der Ort, an dem Menschen Städte das erste Mal ganz bewusst wahrnehmen, wo sie hineintreten, wo sie oft nach langen Reisen ankommen und wo ein erster Eindruck entsteht. Man tritt aus dem Bahnhofsgebäude heraus, man will zu seinem Hotel, man will zu einem Taxi, man will in den ÖPNV umsteigen. Ja, und wer das in anderen Städten kennt, das kann manchmal sehr entspannt ablaufen, das kann manchmal aber auch nicht so befriedigend sein. Und wir als SPD-Fraktion haben uns tatsächlich diesem Thema angenommen, nämlich mit Blick auf den Dresdner Hauptbahnhof. Sie kennen sicherlich alle diesen wunderschönen Zwischenraum zwischen den beiden Brücken hier am Hauptbahnhof. Man tritt da aus der Halle heraus und geht dann hier zu den Haltestellen der Linien 3 und 8, hat dann irgendwie Taxis, die da so sind. Sie sehen hier viele schöne Tauben auch im Bild, die dieses Umfeld bereichern. Und wir haben hier eine Situation, die sicherlich nicht zu den Schlimmsten in unserer Stadt gehört. Das wollen wir als SPD-Fraktion hier an dieser Stelle gar nicht sagen, sondern wir wollen einfach deutlich machen, das ist der Zustand, den Reisende vorfinden, wenn sie aus dem Hauptbahnhof in Dresden hinaustreten. Und das ist eine Situation, die wir tatsächlich an dieser Stelle auch für verbesserungswürdig halten, weil die Stadtverwaltung hat sowohl für die Nordseite als auch für die Südseite des Hauptbahnhofs, also sowohl für den Wiener Platz als auch für die Bayerische Straße, Ansätze, wie sie dort in den nächsten Jahren eine Weiterentwicklung vornehmen will, damit das tatsächlich lebenswerte und auch attraktive Eingangstore in unsere Stadt auch werden. Für diesen Zwischenraum, der genau zwischen diesen beiden Bereichen liegt, hat sie das hingegen unserem Kenntnisstand nach nicht. Und um was geht es uns ganz konkret bei unserem Antrag hier zum Hauptbahnhof Ost? Es geht uns um verschiedene Defizite, die wir tatsächlich sehen und wir tatsächlich der Stadtverwaltung auch ein paar Hinweise mitgeben wollen, was man besser machen könnte. Da geht es zum Beispiel um das Thema Wegweisung. Wer es kennt, die Resnerinnen und Dresdner, wissen es natürlich, ja, wo fährt hier eigentlich welche Straßenbahn an diesem Hauptbahnhof? Das ist aber wiederum für Auswärtige nicht so trivial, dass man eben nicht alle Linien an dieser Haltestelle vorfindet. Die verdreckte Situation ist Ihnen sicherlich ja auch allen jetzt auch deutlich geworden. Wir haben in gewissen, vor allem so in Herbstzeiten, ein Helligkeitsproblem, insbesondere unter diesen Brückenanlagen. Wir haben ein ganz großes Problem mit Fahrradleichen, die dort sich insbesondere an diesen Geländern auch ballen. Und wir haben tatsächlich insgesamt eine sehr, sehr steinerne Gestaltung, die diesen Zwischenraum aus unserer Sicht auch wenig attraktiv macht. Das ist richtig, Herr Dr. Pounds. Aber ich glaube, das ist, da müsste man, glaube ich, dann mit der Deutschen Bahn reden, ob die da eine Kamera dulden. Aber das können wir dann bilateral besprechen. Sehr gut. Genau. Und wir sehen als SPD-Fraktion hier tatsächlich einen gewissen Handlungsbedarf. Tatsächlich mit kleineren Maßnahmen diese Situation im Umfeld des Hauptbahnhofs auch zu verbessern. Denn der Hauptbahnhof wird auch zur Bundesgartenschau 2033. Ein ganz, ganz wesentliches Eingangstor zu unserer Stadt. Und wir haben zu dem Antrag hier auch eine positive Beschlussempfehlung, die im Grundsatz auch bejaht. Da gibt es ein Problem und die Stadtverwaltung sollte sich mal Gedanken machen. Das ist auch gut. Und wir wollen aber mit unserem Ergänzungsantrag, den ich hiermit auch einbringe, gerne wirklich noch diese konkreten Prüfvorschläge. Das heißt nicht, dass das alles umgesetzt wird. Das heißt auch nicht, dass das alle hier im Raum gleichermaßen teilen müssen, aber gewisse Prüfvorschläge mitgeben, die man tatsächlich auch noch jetzt einfach mal angehen sollte. Und da geht es zum Beispiel auch so um Sachen, die im Laufe der Diskussion auch hinzugekommen sind. Ich möchte da zum Beispiel eine Sache erwähnen. Im Beirat für Menschen mit Behinderung wurde die Forderung erhoben, ein Bodenleitsystem in diesem Bereich zu installieren. Und das ist tatsächlich essentiell. Für uns hier im Raum sicherlich nicht. Aber für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder tatsächlich Menschen, die blind sind, ist das ganz, ganz wichtig. Eben aus dem Hauptbahnhof sicher zum ÖPNV zu kommen. Und das haben wir hier derzeit an dieser Stelle noch nicht. Und da sind sehr, sehr viele weitere, sehr konkrete Punkte drin enthalten, wo wir einfach sagen, liebe Verwaltung, macht euch da mal auf den Weg. Und schaut auch, inwieweit man das eben zum Beispiel auch in eine entsprechende Förderkulisse doch noch mit reinbekommt. Das ist im Ergänzungsantrag auch so benannt. Und es würde mich freuen, wenn wir dieses kleine, aber vielleicht für unsere Stadt doch nicht ganz unwichtige Anliegen hier heute auch auf den Weg bringen könnten. Vielen Dank. Dankeschön. Dann würden wir jetzt in die Fraktionsrunde einsteigen. Und wie angekündigt, die AfD zuerst diesmal. Herr Lommel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream und auch noch ein paar, die es aushalten. Ja, der Antrag von der SPD im Grunde genommen eine interessante Idee, diesen Platz zu verschönern. Das war handwerklich, finde ich, sehr, sehr schlecht gemacht worden. Also hatten dann Herr Engel im Bauausschuss diese lange Diskussion gehabt. Und dann wurden diese ganzen Einzelpunkte herausgenommen. Und jetzt sehe ich ihn in den Ergänzungsvorschlag von Ihnen wieder. Also nichts gelernt aus dem Ausschuss, ein bisschen schade. Wir haben über Deckungssachen gesprochen, wo eigentlich so konkret alles letztendlich schon aufgeführt worden war. Das korrigieren Sie jetzt und sagen, okay, muss ja nicht so ganz konkret sein. Ja, ist nichts davon hängen geblieben. Gut, dann haben wir natürlich hier eine Riesenproblematik, Eigentumsverhältnisse. Deutsche Bahn, Sie wissen, das ist immer sehr, sehr problematisch. Wem gehört was, wo? Diese Sachen, die ganzen Berücksichtigungen, hat hier auch keine Rolle gespielt. Sollte man auch berücksichtigen. Wie dem auch sei, die Idee auch jetzt für behinderte Leute mit Benachteiligung da auch nachzubessern, auch gute Idee. Aber eben einfach handwerklich schade. Und ich finde, das ist eine Idee, wo man sagen kann, lass uns das machen, mit dem neuen Haushalt. Wo auch tatsächlich eine Umsatzungsidee vielleicht stattfindet, weil Geld dafür da ist. Lass mal darüber sprechen, was die Verwaltung uns mitteilen kann über Verhältnisse mit Deutschen Bahn, Eigentumsverhältnisse dort. Was können wir eigentlich machen? Wenn wir das alles geklärt haben, was hier noch ungeklärt ist, und dann machen wir etwas und dann wird es auch was. Aber so wie es jetzt ist, war es ein Schnellschuss gewesen, der letztendlich zu dem Ziel, was ehrenwert ist, nicht führen wird. Nämlich einfach, dass so viele Bausteine noch reinkommen. Und wir werden es deswegen ablehnen. Wir werden die Idee im Blick haben, werden es dann in vielleicht einer besseren Form dann nochmal gießen. Und dann wird es vielleicht auch tatsächlich werden. Vielen Dank. Wir machen weiter. Fraktion Bündnis 90 Grün, Herr Dr. Deppel. Ich sage das mal hier vom Platz. Also Herr Engel hat eigentlich alles gesagt. Wir unterstützen das sehr, dass das Bahnhofsumfeld aufgewertet wird. Und wir unterstützen auch den Ergänzungsantrag der SPD, weil es eben tatsächlich darum geht, dass ganz konkrete Maßnahmen dort geprüft werden. Und da hat die SPD tatsächlich einiges aufgezählt, was uns auch sehr sinnvoll erscheint. Und wir möchten wirklich, dass das Punkt für Punkt von der Verwaltung geprüft wird. Also insofern stimmen wir dem Ergänzungsantrag der SPD zu. Okay. Dann CDU-Fraktion. Mario Schmidt, bitte. Ich würde das auch direkt vom Platz machen. Wir haben, Herr Lommel hat es gerade schon gesagt, im Bauausschuss, diese ganze lange Prüfliste Einzelpunkte rausgenommen aus dem federführenden Ausschussvotum. Aus meiner Sicht ist das Ausschussvotum vom Bauausschuss durchaus zustimmungsfähig. Wenn die SPD jetzt der Meinung ist, das Votum vom Ausschuss zeigt das ja auch, dass das eine Mehrheit hatte, wenn die SPD der Meinung ist, dass sie jetzt unbedingt ihren Ursprungsantrag mit dieser Endlosliste wieder haben will, dann wird sie unsere Stimmen dafür nicht bekommen, wenn das Bauausschussvotum zur Abstimmung steht, sind wir dabei. Beim SPD-Änderungsantrag sind wir nicht dabei. Dann Thilo Würzling, Fraktion, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, die Problematik des Antrags ist schon aufgeführt worden. Er begründet ein durchaus verständliches Bedürfnis, nämlich, dass dieser Platz auch an der Ostseite im Prinzip ein Stück weit verschönert wird. Er ist bisher an keiner Förderkulisse drin, ist auch schwierig. Wenn man dort die Tauben verkrauen will, müssen wir mit der Bundesbahn reden, weil die Brücke natürlich nicht im Eigentum, im Befugnisbereich, im Einflussbereich oder im Zuständigkeitsbereich der Stadt ist. Das macht es schwierig. Dann werden im Prinzip kleinteiligst Prüfaufträge erteilt. Die Grundlage dafür teilt uns der Antrag leider nicht mit, nämlich aus welchem Topf denn eigentlich die Planungsmittel herkommen oder auch Realisierungsmittel. Das heißt, es wird auch kein Termin benannt. Es soll halbjährlich berichtet werden über den Stand der Prüfung. Das bedeutet also, man rechnet scheinbar und offensichtlich mit mehreren Halbjahren, die das dauern könnte. Insofern, der Stadtbezirksbeirat Plauen hat hier als auch zuständiger Stadtbezirksbeirat diese Dinge herausgestrichen. Die ganzen Einzelprüfungen hat das Anliegen insgesamt unterstützt. Das werden wir als Linke auch tun. Und diese zusätzliche Liste werden wir weglassen. Sie ist doch überflüssig, weil die Barrierefreiheit des Vorhabens erstens im Antrag schon im verbleibenden Text allgemein gefasst ist und zweitens auch weiterhin bei städtischen Planungen die Behindertenrechtskonvention gilt und damit auch in der Planung zu berücksichtigen ist. Wir müssen nicht immer dauernd etwas beschließen, was wir schon beschlossen haben und sollen den Planern hier eigentlich im Prinzip ihre Pflicht tun lassen. Es wird dann so werden. Außerdem müssten wir die Planung sowieso erst wieder beschließen. Insofern ist es manchmal besser, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Vielen Dank. Dann SPD-Fraktion, erstmal wird man dann das Schlusswort machen. Dann Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Dann FDP-Fraktion. Nein. Dann habe ich erstmal keine weiteren auf der Liste stehen. Schlusswort Stefan Engel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja schon manchmal schon etwas eigen. Hier vorne wird regelmäßig kritisiert, wenn Anträge nicht konkret gefasst genug sind, wenn man nicht weiß, was die Verwaltung dann tun soll. Was soll sie jetzt eigentlich konkret verbessern und prüfen? Wenn man es hingegen konkret fasst, ist es auch wieder nicht gut. Es scheint ein bisschen ein Paradoxon hier zu sein. Und an Sie, Herr Lommel, gerichtet. Also Sie reden die ganze Zeit über Handwerk. Lesen ist am Ende auch ein Handwerk. In dem Antrag steht zum Beispiel drin, dabei soll eng mit der Deutschen Bahn, das ist eine der maßgeblichen Eigentümer in dem Umfeld, als Eigentümer des Hauptbahnhofs, so wie mit den Dresdner Verkehrsbetrieben, die eine gewisse Zuständigkeit für die Haltestellenanlage haben, zusammengearbeitet werden. Wir tragen diesen sehr differenzierten Verhältnissen an dieser Stelle wirklich auch Rechnung und haben das in dem Antrag ja auch aktiv so benannt. Und Sie haben meines Wissens ja auch diesen ersten Punkt da auch zugestimmt, diesem Einleitungstext. Und ich will an der Stelle schon noch mal sagen, dass wir diesen Antrag auch bewusst ohne ein finales Datum gemacht haben. Hier geht es zum Teil um ordnungsrechtliche Fragen, wo es einfach darum geht, dass ein gemeindlicher Vollzugsdienst oder dass andere Teile der Stadtverwaltung in ihrer ganz normalen Arbeit sich dem Umfeld mal stärker widmen. Und es geht bei anderen Stellen um tatsächlich bauliche Maßnahmen, wo man sicherlich noch mal einen anderen Vorlauf auch braucht. Deswegen würde es dem Anliegen überhaupt nicht gerecht werden, zu sagen, wir haben ja ein finales Enddatum und bis dahin wird dann alles gemacht. Sondern es sind unterschiedliche Aspekte und die müssen dann auch unterschiedlich auch gewichtet werden. Und na ja, an Sie, Herr Wurz, gerichtet. Natürlich hat Dresden gesetzliche Verpflichtungen zum Beispiel im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention Dinge zu machen. Aber wir können uns doch mal hier draußen im Straßenumfeld anschauen, wie das denn in der Realität wirklich ist. Und da sehen wir eben an ganz, ganz vielen Stellen Defizite. Und dann sollte man aus meiner Sicht die Defizite auch sehr konkret benennen und tatsächlich eben die Vorschläge der Betroffenen, nämlich die Vorschläge des Beirates, tatsächlich dann auch in so einem Antrag mit beschließen und sie dann nicht einfach zur Seite wischen. Das wird diesem ganzen Anliegen dann einfach nicht gerecht. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Verwaltung das in dem Sinne dann prüft. Aber ich fände es schon gut, wenn wir konkrete Punkte in Anträgen dann auch so konkret benennen. Ich werbe deswegen um Zustimmung zum Änderungsantrag. Okay, dann würden wir zur Abstimmung kommen. Ich würde zuerst den Ergänzungsantrag zur Abstimmung stellen, der den fehlerführenden Ausschussbericht ergänzen würde. Wer diesem Ergänzungsantrag zustimmen kann, dem bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 29 Ja, 26 Nein, 0 Enthaltungen so mehrheitlich beschlossen und den so ergänzten Ausschussbericht stelle ich jetzt zur Abstimmung. Der hat mit 30 Ja, 25 Nein, 0 Enthaltungen dann ebenfalls eine Mehrheit bekommen. Vielen Dank und wir kommen zum Tagesordnungspunkt.